einen wunderschönen da bin ich schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video ich habe von aukey mal wieder was bekommen ich hatte ja schon mal von aukey was da habe ich einmal diesen quadcopter einen kleinen den wenn wir uns angucken der freut mich schon drauf ein bluetooth headset kann ich gut hier brauchen dann ein externen akku mit noch ein bisschen mehr power der hat jetzt hier ja 12.000 milliampere den werden wir auch noch mal auspacken und was ganz toll ist eine lampe sieht man jetzt schlecht das ist eine lampe die habe ich gedacht die kann ich mir prima auf meinen nachttisch stellen nachttisch nicht aber neben dem laptop stellen dass ich da mal ein bisschen licht habe dann brauche ich nicht immer oben bunte lichter machen und ich würde sagen wir fangen mit der lampe auch gleich an wir gucken uns die produkte ich mache euch die links dazu natürlich unten wieder in die video beschreibung wie ihr hört ich bin immer noch nicht auf dem damm oder mache ich da jetzt einzelne videos bin jetzt gerade am überlegen obwohl machen wir einzelne videos jetzt habt ihr gesehen was es gibt wir fangen mit der lampe an gleich mache ich halt zu jedem einzelnen video sonst müsst ihr hier mal rum zappen und so das ist ja auch doof dann mache ich es lieber einzeln also sehen wir uns gleich wieder im video über die led desklampe modell lt minus t 10 bis dahin ahoi sagt euer odin zack und an